Maja ging in die Schule. Als sie in der Schule ankam, wusste sie gar nicht, wie ihr Zumute war. Alle lachten sie aus und sie fragte sich, warum. Ha, wir brauchten noch nachtlich zum Schlafen. Ach so, das warst ja du. Sie fing an zu weinen. Sie hat uns das mit der Freundschaft echt abgekauen. Genau, wie dumm. Sie lief ein zur Direktorin und erzählte, was passiert war. Die Direktorin stellte alle zur Rede. Sie vertrugen sich und nach der Schule ging Maja glücklich nach Hause. Und das war's, was passiert war.